Hallo und willkommen auf dem Kanal DillDesign. Photopea hat schon wieder ein neues Update bekommen und zwar ein Update im Verschiebewerkzeug. Photopea hat ein Update im Verschiebewerkzeug bekommen. Wenn ihr einmal hier auf dem Verschiebewerkzeug drauf seid, dann seht ihr ganz rechts hier diesen kleinen Kasten am Ende und wenn ihr darauf klickt, dann seht ihr, dass ihr eher etwas einstellen könnt und zwar eine Ausrichtung. Ihr könnt ausrichten nach Säulen bzw. nach Spalten und Reihen und ihr könnt hierbei den Abstand einstellen zu den einzelnen Objekten. Wie funktioniert das? Ihr müsst jedes Objekt, was ihr ausrichten möchtet, auf einer einzelnen Ebene habe, sonst funktioniert das nicht. Also ich habe jetzt hier mal eine Zahl genommen 1 bis 5 und diese werde ich mir einmal markieren. Entweder hier auf eine Ebene klicken mit gehaltener Shift-Taste auf die untere Ebene klicken, um das alles auszuwählen oder ihr könnt auch, wenn ihr im Verschiebewerkzeug seid, hier einmal mit der linken Maustaste reinklicken und über alles einen Rahmen drüber ziehen. Da seht ihr auf der rechten Seite, dass auch automatisch alles ausgewählt ist. Wenn ihr jetzt hier oben auf diese Kästchen geht, dann werden wir einmal hier ein paar Daten eintragen. Ich möchte zum Beispiel, dass die Zahlenreihe waagerecht alle nebeneinander sind, alle im gleichen Abstand. Also ich möchte fünf Säulen haben. Deswegen trage ich hier einmal eine 5 ein und und den Abstand stelle ich hier einmal auf, ja sage ich mal 200. Okay und jetzt klicke ich einfach auf automatisch ausrichten und ihr seht, dass alle Zahlen gleichmäßig zueinander verteilt sind. Ihr könnt natürlich auch diese Zahlen vorher rastern, da funktioniert das ebenfalls. Wenn ihr jetzt zum Beispiel Objekte habt, zum Beispiel irgendwelche Formen oder Bilder, die ihr in einer Collage ausrichten möchtet und zwar alle gleich zueinander, dann müsst ihr natürlich alle Objekte markieren und hier trage ich zum Beispiel mal eine 6 ein. Den Abstand zu den einzelnen Objekten trage ich einmal eine 50 ein und jetzt klicke ich auf automatisch ausrichten. Und damit sind alle Objekte zueinander gleichmäßig im Abstand ausgerichtet. Das ist das neue Update hier in Photopea. Ich wünsche euch dabei viel viel Spaß. Wir sehen und hören uns im nächsten Video wieder. Winke winke euer Frank. Von K! Fuck! chor ger